herzlich willkommen zu einer live stream ankündigung ich möchte mitteilen dass heute der live stream um 14 uhr starten wird ja was machen wir wenn so 23 stunden er zwei stunden das nicht dass nicht das puzzelstift event sondern das landerweiterung event vom lkw nutzen wann bin ich eigentlich so nah dran landerweiterung event vom lkw und einfach ein bisschen weizenfarm shopping und gucken was so anfällt am besten noch das silo oder scheune erweitern vielleicht nicht mehr so viele nägel sollte mal hinkriegen genau ja bis zum live stream